Herzlich willkommen zu unserem 3D-Druck-Konfigurator. Er lässt sich ganz einfach bedienen und Sie werden in wenigen Schritten Ihren 3D-Druckartikel bestellen können. Ich erkläre Ihnen die nachfolgenden Eigenschaften des Konfigurators. In der oberen Leiste sehen Sie unseren Online-Rechner, mit dem Sie Ihre 3D-Druckteile konfigurieren können. Individuelle Anfragen benutzen Sie für spezielle Anliegen, das heißt wenn Sie zum Beispiel ein Produkt aus zwei unterschiedlichen Farben drucken wollen oder spezielle Rückfragen haben. Beginnen wir mit der Übersicht der Materialien. In der Materialübersicht finden Sie über 100 diverse Materialien mit allen technischen Eigenschaften und einer kurzen Beschreibung sowie typischen Einsatzgebieten. Weiterhin finden Sie in dieser Übersicht die verschiedenen Technologien, die für den Druck zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Binder Jetting. Es wird kurz erklärt, um was für ein Druckverfahren es sich handelt und wie das Druckverfahren funktioniert. Wir empfehlen unseren Kunden, wenn sie Anschauungsmaterial benötigen, um ein besseres Verständnis zu erlangen, was mit unserer 3D-Druckplattform alles für Produkte gedruckt werden können, wenden Sie sich an Ihren Innendienstmitarbeiter. Sehr wichtig für Sie ist das Thema Nachbearbeitung. Achten Sie regelmäßig auf die Material- und Nachbearbeitungsoptionen von Wewo, denn wir entwickeln uns stetig weiter und bieten mehr Auswahlmöglichkeiten an. In der Übersicht ist zum Beispiel Wärmebehandlung aufgeführt. Diese Anforderung hatte zuletzt ein Kunde, welcher sein 3D-Produkt leitfähig machen wollte. Diesen Wunsch konnten wir unserem Kunden erfüllen und über die individuelle Anfrage konnte sein Produkt realisiert werden. Kommen wir nun aber zum Online-Rechner, mit dem Sie intuitiv und in wenigen Schritten Ihr Produkt konfigurieren. Einfach kostenlos registrieren und dann auf Neuen Rechner klicken. In der folgenden Ansicht müssen Sie eine Steppdatei oder vergleichbare Formate hochladen. Einfach Ihre Datei in dem dafür vorgesehenen Fenster fallen lassen. Der Konfigurator importiert und verarbeitet Ihre Datei und zeigt Ihnen nun Ihr Produkt an. Sie sehen eine kleine Miniaturansicht. Sie finden immer nur einen groben Auszug wie aus der CAD-Datei. Das Gewinde wird zum Beispiel hier nicht aufgezeichnet, aber es ist tatsächlich vorhanden. Gewinde ab M5 ist druckbar, somit können Sie hier frei wählen. Anschließend empfehlen wir jedem, den Materialassistenten zu nutzen. Es ist die einfachste Lösung, den nächsten Schritt im Konfigurator zu erledigen. Mit einem Klick auf den Materialassistenten öffnet sich folgendes Fenster. Auf der linken Seite finden Sie alle Materialgruppen. In der mittleren Spalte finden Sie eine Übersicht aller Eigenschaften. Wenn Sie nun zum Beispiel lebensmitteltauglich auswählen, werden Ihnen die zutreffenden Materialien angezeigt und können bei Bedarf ausgewählt werden. Relativ viele Kunden nutzen auch den Filter in der rechten Spalte. Mit Klick auf das Dollarzeichen werden Ihnen die günstigsten Materialien angezeigt, welche gerade für den Prototypenbau relevant sind. Wir wählen beispielsweise nun den PA-12-Kunststoff im Multi-Jet Fusion-Verfahren aus. Der Konfigurator errechnet nun nach Auswahl des Material sofort einen Preis für ein Stück. Der Preis wird auf Grundlage des verfügbaren Bauraums einer Maschine errechnet. Das heißt, je mehr wir den Bauraum belegen können, desto geringer der Preis. Daher erhöhen Sie einfach die Menge, um sofort den Preisunterschied erkennen zu können. Ändern Sie die Menge zum Beispiel auf zwei Stück. Sie erkennen, dass bei der Auswahl von zwei Stück der Unterschied nur 3 Euro beträgt. Erhöhen Sie daher die Mengen testweise, um den besten Preis zu ermitteln, da es häufig so ist, dass mehr Stück nicht tatsächlich einen großen Preisunterschied ausmachen. Wir wählen nun zehn Stück als Beispiel aus. Das gewählte Verfahren ist Multi-Jet Fusion und das Material PA-12-Grau. Sie könnten noch eine Nachbearbeitung auswählen. Unten sehen Sie nun vier unterschiedliche Vorschläge. In unserem Beispiel können Sie aus vier Lieferzeiten auswählen und dadurch bedingt können vier unterschiedliche Preise angeboten werden. Das Portal berechnet für Sie immer den günstigen Preis mit der längsten Lieferzeit. Wenn Sie noch ein 3D-Druckmodell konfigurieren möchten, ziehen Sie die Datei bitte hier herein und wählen das Verfahren aus. Oder aber wenn Sie beim gleichen Verfahren oder Werkstoff bleiben wollen, dann die Datei an dieser Stelle einfach hochladen. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Bestellen. Geben Sie anschließend Ihre Kontaktdaten sowie Ihre Bestellnummer ein. Mit der Angabe Ihrer Bestellnummer können Sie den Vorgang besser zuordnen. Klicken Sie schlussendlich auf Kostenpflichtig bestellen. Haben Sie aber eine individuelle Anfrage, zum Beispiel möchten Sie das Bauteil zweifarbig drucken lassen, dann nutzen Sie dafür das Individualanfragenformular. Erfassen Sie einen aussagekräftigen Titel. Wählen Sie den Fragetyp aus. Beschreiben Sie Ihre Anfrage und teilen die gewünschte Stückzahl mit. Zum Beispiel, bitte erstellen Sie mir ein Angebot für die Schraube im Anhang. Der untere Teil soll gelb sein und der obere schwarz. Menge ist gleich 20 Stück. Danach einfach auf Speichern und Publizieren klicken. Vivo wird Ihre Anfrage sichten und Ihnen ein adäquates Angebot unterbreiten. So simpel ist der 3D-Druckkonfigurator und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Herrn Philipp Iland oder gerne auch an Ihren Innendienstbetreuer. Vielen Dank!